freunde und herzlich willkommen zu meinem channel ich teste alles an getränken durch was es so gibt bisher alles alkoholfreie alkoholische kommen auch noch die welt aber dann zu hause testen weil kommt im auto irgendwie nicht gut fühle ich mich nicht gut dabei und naja okay heute fest sich mal punika abenteuer drink orange ja ich im penny entdeckt von den schlümpfen 90 cent hat kein fand und hat ist ein halber liter und hat 24 kilokalorien auf 100 milliliter das design ja gut was soll man zu sagen mit dem schlümpfen drauf wie sie kräftiges orange design kriegt von mir schon mal naja also dafür dass man es gut festhalten kann design kriegt von mir drei sterne dann hat das er diesen trinknudeln ok post ja ist jetzt nicht so mein fall mir schmeckt es nicht so sehr schmeckt kräftig nach orange aber irgendwie ein bisschen abgestanden schmeckt mir das schmeckt ein bisschen abgestanden also preis leistung auch wenn es schön aussieht gibt es auch leider nur zwei sterne was war es wieder für heute ein kleines weg wenn ich verkehrt abonniert mein channel macht mir vorschläge war es noch testen kann ich jetzt wirklich alles durch als wir sagen radios und mädels tschö 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 Untertitelung des ZDF, 2020